Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen. In diesem Video möchte ich mit euch über eine kontroverse Idee sprechen, die gerade in der Politik für Aufregung sorgt. Den sogenannten Bauern-Soli auf Fleisch und tierische Produkte. Landwirtschaftsminister Cam Özdemir behauptet, dass dies den Landwirten helfen soll. Doch in Wirklichkeit handelt es sich um eine Ampelsteuer, um die Folgen der Finanzpolitik der Koalition zu mildern. Berichten zufolge denkt Özdemir über eine Tierwohlabgabe nach, um angeblich das Tierwohl und die Umwelt zu schützen. Laut Süddeutscher Zeitung sagte Özdemir, schon wenige Cent mehr pro Kilo Fleisch würden bedeuten, dass unsere Landwirte Tiere, Klima und Natur besser schützen können. So wie es doch alle verlangen. Die geplante Abgabe soll dem Staat angeblich 3,6 Milliarden Euro einbringen, die dann in Form von Förderung für den Umbau von Stellen an die Landwirte zurückfließen sollen. Die vorgeschlagene Tierwohlabgabe ruft jedoch Kritik hervor. Özdemir plant, dass die Verbraucher durch eine neue Steuer die Kosten schultern sollen, die die Ampelregierung durch ihre verfassungswidrige Chaospolitik verursacht hat. Der Staat soll also die Kosten seiner eigenen Politik auf die Bürger abwälzen, anstatt an anderer Stelle zu sparen. Überraschenderweise stoßen Özdemirs Vorschläge in der Ampel auf Rückhalt, sogar von der FDP, die ursprünglich versprochen hatte, die Steuerlast nicht zu erhöhen. Die FDP sieht die Tierwohlabgabe als möglichen Weg, die Bauern beim Umbau ihrer Stelle zu unterstützen, ohne nennenswerten Widerstand von Seiten der SPD. Zusammengefasst kann man sagen, die Tierwohlabgabe mag auf den ersten Blick nach einem Schutz für Tiere und Umwelt aussehen, aber in Wirklichkeit handelt es sich um eine Ampelsteuer, um die finanziellen Risse zu kitten, die durch die Politik von SPD, Grün und FDP im Land entstanden sind. Die Ampelregierung versucht mal wieder, ihre eigenen Probleme mit dem Geld der Bürger zu lösen und die FDP unterstützt dies anscheinend ohne größere Bedenken. Was haltet ihr von dieser Idee? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Bis bald. Vergessen Sie nicht, mich zu abonnieren, um keine Updates zu verpassen und hinterlassen Sie gerne einen Kommentar, um Ihre Meinung zu dieser fesselnden politischen Situation zu teilen. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie informiert.